Ach, da ist die Treppe. So, wo ist mein Bett? Noch eins tiefer. Mit der amerikanischen Nationalin, die geht's ins Bett. Und die kriegen nicht genug Schlaf, weil ich zu früh ins Bett gehe. Ja, ich weiß, das werden wir auch mal ändern, irgendwann. So, das hier ist auch alles verkehrt. So, das hier ist jetzt richtig. So muss es sein, ja. Genau. Na. Und hier tun wir dann die Viereckigen drauf, die können weg. Also die Quader meine ich. Oh ja. So, dann muss ich dann doch wieder einen wegnehmen. Sonst komme ich da nicht hin. Und dann hier. Hier damit. Und dann jetzt das Dach. Ich glaube, jetzt haben wir es dann auch. Das gucke ich mir dann gleich nochmal an. Von unten. Das heißt, ich nehme mir erstmal die Sachen hier weg. Die hier vielleicht noch hingefallen sind. Sind gar keine. Dann liegen die noch da oben. Da liegen sie noch. Ja, ja, ja. Und hier. Okay, dann machen wir mal einen schönen Sprung nach unten. Und gucken uns mal alles von hier an. Ja, das sieht dann schon besser aus. Das Loch sehen wir nachher nicht mehr da. Genau, so sieht das schon etwas hübscher aus. So, dann machen wir erstmal hier die Decke. Jetzt könnte man sich dann natürlich überlegen, hier vielleicht doch so etwas Helles da rein zu machen. Dann kriegt man doch direkt noch ein Fenster hin. Irgendwie so. Da würde vielleicht wieder etwas dunkles besser hin passen. Und dann hier Fenster. Mal sehen. Ich gucke mir das dann noch von unten nachher an. Erstmal haben wir die Decke hier fertig. Ja, das sollte ein bisschen früher als sonst, dass ich aufnehme. Weil ich halt jetzt in den nächsten Tagen nur Tagesdienst habe und deswegen früh zu Bett gehe. Da kann ich also nicht nachts um ein, zwei Uhr aufnehmen. Wenn ich in der Nacht in dem Nachtrhythmus bin. Das heißt, jetzt muss ich es dann irgendwie anders machen. Aber es geht auch. So, dann fehlt mir noch da die Ecke. Hier fehlt mir noch einiges. Zum Beispiel fehlt mir diese Umrandung. Guck. Gut. Da habe ich sie schon, hier noch nicht. So, dann haben wir es ja gleich geschafft. Hier mit dem Dach. Mal sehen, ob die Steine reichen. Ob ich noch ein Deck habe. Sonst wird es schwierig. Dann muss ich nochmal zum Lager. 20 reichen da nicht. Ich brauche ja noch welche für die Dächer. Ja, habe ich denn noch Stämme dabei? Nein. Okay. Dann kann ich hier erstmal die Randsteine fertig machen. So. So. Zu irgendeinem lang werde ich heute also auch nicht machen. das ist klar aber ich wollte doch mal dieses hier ist es fertig bekommen das dach das heißt wir haben jetzt 40 minuten aufgenommen so So, und dann hier noch mal das Gleiche. Wir müssen doch bald rum sein, oder? Wir sind immer noch nicht rum. Da hinten aber angefangen. Dann sehen wir, ob wenigstens diese ausreichen. Nein, auch nicht. Ach, dann. Hier sind wir durch. Dann sammeln wir alles weg. Da sind noch welche. Da noch. Sogar in der Fensterbank gehen wir mal durch. Dann gucke ich mir mal dieses Fenster von außen an. Bitteschön, da geht es raus. Ob man das mit dem hellen Teil erlassen kann. Sieht auch blöd aus, ehrlich gesagt. Das mache ich aber ganz dunkel. So, dann reinige ich mal zum Lager. Ich hole mir noch Schwarzholz, oder dunkles Nadelholz, besser gesagt. Nacht. 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 So, Nadelhals Ficht, besser gesagt. Okay, da haben wir ja noch genug. Hoffe ich zumindest, haben wir denn hier noch die Planken, da haben wir direkt noch ein Stack von den Planken. Okay. 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 So, ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, weil ich ja hier konzentriert arbeite. Und jetzt machen wir die Decke zu und schon ist es finster, bah, wir haben aber hoffentlich gut ausgeleuchtet, mal mit F3 kontrollieren. Also Block, der Block sollte also nicht unter 7 fallen, hier könnte man noch was vertragen. So, 8 geht gerade noch, aber ich bin trotzdem lieber auf der sicheren Seite und hier haben wir alles ausreichend. Wunderbar, dann geht es wieder hoch und dann machen wir das wieder dunkel. So, sah nicht aus. So, und das machen wir auf der anderen Seite ganz genauso. So, und hier ziehen wir die, das Dach dann einfach so rum. Hier müssen wir noch dieses Flache da hinsetzen, nein, da bestimmt nicht. Hey, jetzt sitze ich aber verquer hier. Ei, da ist mir ein Haar irgendwo. Hat sich hier verklemmt. Ja, kein Kopfhader habe ich nicht mehr so viel. Ein anderes meine ich. Das war jetzt irgendwie beim Sitzen. Keine Ahnung, was da passiert ist. So, aber es geht wieder, es tut ein bisschen weh. An einer etwas delikaten Stelle. So, aber das haben wir jetzt alles soweit hier fertig. Prima, dann machen wir das Dach dann hier hin. Das geht ja bis hier vorne an den Rand. So, dann ist das Dach also hier. Ist ja die Frage, nehmen wir die Ecke hier mit oder nicht. Nehmen wir es einfach mal mit. So, und hier das gleiche. Und hier das gleiche. Und hier auch. So, dann kam hier die ganze Reihe so hin. Na, mal sehen, ob wir das jetzt noch schaffen. Heute. Dieses Haus. Dann ging es hier nach oben. Nach oben. Jetzt habe ich extra meine Kirche noch trotzdem. Naja. Ja, genau. Zwei hoch. So ist das richtig. Machen wir mal die ganzen Dächer erstmal einfach bis dahin. Bis zu der Höhe. Hier müssen wir eine ganze Reihe machen. Huch. Vorsicht. Na, ich glaube da ist genug Platz. Da falle ich nicht runter so einfach. So, ne. An der Stelle war das. Genau. Ah. Du darfst. Du musst da genau gerade davor stehen. Oder ein bisschen kleine Winkel das erlaubt. Aber dann ist doch ein bisschen viel gewesen eben. So, machen wir gleich mal hier alles soweit. Wie geht das dann neben die Ecke? So. Ja. Da haben wir noch mal 23 bekommen. So, da haben wir die Ecke schon mal fertig. Zack. Also das ist schon mal ein Teil des Dachs hier. 19. 19. Na, das ist doch noch ein bisschen mehr Arbeit als ich gedacht habe. Wir sind irgendwo Mücken unterwegs. Hoffentlich kriege ich jetzt keine Vilaria oder sowas. So, das ist schon mal das Dach. Hier vielleicht nochmal ein bisschen Licht hin. Und auch hier an die Außenecken. So, hier brauchen wir kein Licht hin. Da kann auch keiner drauf spawnen, aber hier. So, hier haben wir alles schon ausgeleuchtet. Okay, noch einmal noch ein bisschen Licht. Uh, das war schon das letzte. So...